Ja, hallo zusammen! Heute möchte ich euch ein kleines bisschen Lust machen auf Pilates. Ja, manche kommen und fragen, was ist denn Pilates? Pilates zählt grundsätzlich zu den mentalen Sportarten, weil wir sehr konzentriert und ruhig arbeiten. Es ist eine Mischung aus Yoga und Bauch, Beine, Po, um es mal ganz einfach auszudrücken. Ihr braucht nicht viel mehr als ein Handtuch und bequeme Kleidung, um mitzumachen. Wir dehnen, wir lockern, ja, wir haben ja alle so vielleicht eine kleine Sitzschädigung. Wir versuchen dann entsprechend dem Ganzen entgegenzuwirken. Wir kräftigen natürlich auch den Rücken, den Bauch, den Po und die Beine. Und versuchen so, den gesamten Körper einmal zu entspannen, aber auch gleichzeitig zu stärken. Wir werden jedes Mal alle großen Muskelgruppen auch durcharbeiten. Und ihr sollt entspannt wieder dann nach Hause gehen. Wir treffen uns in diesem Semester 18 Uhr in der großen Sporthalle. Ich freue mich auf euch! Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal. aufhören! Ich freue mich auf euch!